Hallo und herzlich willkommen zu Before Your Eyes. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist die Kameraeinstellung diesmal ein bisschen anders, weil dieses Spiel im Prinzip teilweise nur mit den Augen gesteuert wird. Deswegen wollte ich, dass die Kamera möglichst halt gerade vor mir ist, dass sie das bestmöglich aufzeichnen kann. Am Anfang werden wir wohl noch mit der Maus schauen können, aber dann werden teilweise die Optionen nur durch blinzeln oder durch links oder rechts schauen. Im Prinzip die Option ausgelöst. Wir drücken jetzt einfach mal auf neues Spiel und schauen, was passiert. Die Einstellungen sind jetzt gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen anderes Bild. Mal schauen, weil das Spiel greift auf die Kamera zu und dann werde ich es nicht separat einstellen können. Ich lasse es jetzt einfach mal so gucken, wie es ist. Das ist natürlich ungewohnt, aber wir lesen gerade mal. Solange deine Kamera aktiviert ist, erfasst und verfolgt das Spiel Daten, wenn du blind sitzt, um dein Spielerlebnis zu verbessern. Diese Daten werden in keiner Weise gespeichert, weitergeleitet oder aufgenommen. Das Spiel verwendet sie lediglich dazu, deine Augenerkennungseinstellungen lokal festzuhalten. Indem du deine Kamera aktivierst, stimmst du dieser Verwendung zu. Falls du keine Kamera hast oder deine Kamera nicht aktivieren möchtest, ist das Spiel auch ohne Augenerkennung spielbar. In diesem Fall kannst du die Augenerkennung nach dieser Kalipierungssequenz in den Einstellungen deaktivieren. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen mit dem mit den Augen mal steuern, einfach weil es was anderes ist. Wir drücken auf weiter. Kriegst du eine Brille? Nein. Achte darauf, dass dein Gesicht regelmäßig beleuchtet ist und deine Augen sichtbar sind. Leuchtet. Dürft gehen, denke ich. Positioniere deinen Kopf so, dass der Kasten grün bleibt. Okay, ich muss mich ein bisschen kleiner machen fürs Gameplay. So. Machen wir mal die Kamera hier hin. Positioniere deinen Kopf so. Noch ein bisschen kleiner machen. Dass der Kasten grün bleibt. Der Kreis darunter sollte sich immer dann fühlen, wenn du blinzelst. Ja, okay, das erkennt er. Auch wenn wir uns bewegen, erkennt er das? Perfekt. Okay, hoch, runter. Okay, das tut er alles aufnehmen. Empfindlichkeit kalibrieren. Blinzle, um die Kreise zu füllen. Blinzle am besten so, wie du normalerweise blinzelst. Blinzle nicht zu schnell oder übertrieben. Wie gut wurde jedes Blinzeln erkannt? Alle erkannt, viele nicht einige erkannt, alle erkannt. Falls das Spiel dein Blinzeln nicht mehr korrekt registriert, drücke die Leertaste, um die Erkennung neu zu... Um die Erkennung neu zu... Okay. Okay, ihr seht mich jetzt unten in der Kamera. Das Bild ist natürlich optimals gedrückt. Äh... Ja. Bei diesem Spiel geht es ums Blinzeln. Denn jedes Mal, wenn du blinzelst, wird das vom Spiel registriert. Mhm. Siehst du, wie es funktioniert? Okay, also ich muss blinzeln, um weiterzumachen. Versuche auf den weißen Symbol zu blinzeln. Was ist ein weißes Symbol? Hallo? Achso. Wenn du ein Metronom siehst und blinzelst, springt die Geschichte vorwärts. Okay, also wir müssen versuchen dann nicht zu blinzeln. Weil sonst jetzt die, äh, Geschichte weitergeht. Okay. Schwert ab, ihr Mistvögel. Na hallo, Fremder. Du bist ja richtig hell und leuchtend, was? Du bist ja richtig hell und blinzeln, nicht wahr? Ich frag dich für dein Name, aber leider hast du keinen Mund zu sprechen, oder... ...hands zu schmerzen, oder... ...nose zu schmerzen, oder... Also, wir müssen noch einen anderen Weg finden. Du, was du findest, ist... ...wenn du nicht mehr in dein Körper, dein Körper ist noch in dir. ...und du, wenn das überhaupt Sinn macht. Also, wenn du verstehst, was ich sage... ...ähm... ...blink über meine Hand hier. ...wennst du Blinkin, nicht wahr? Oh, also, du bist ein Blinkin geniös Blinkin. Ha, 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 ha. Ja, ich wusste, dass du besonders bist. Du siehst, alle die Schmerzen Schmerzen da unten? ...losten in den Wäden? Ich habe keine von ihnen wählen. Ich habe dich wählen. Du siehst, ich... ...wennst du, manchmal, ein bisschen... ...hunch, oder, was ist eine bessere Worte? ...notion? Nein, eine bessere Worte als das. Ah! Pre-ni-ni-tion. A premonition. ...wenn eine Säule ist wertvoll, wenn eine Säule ist. ...pulling auf. Jetzt, du siehst du diese Tauern da da? Die große, schade, eine? Das ist woher ich dich um, um zu sehen, die Gätegeber zu sehen. Um zu beurteilen. Ich werde dir deine Falle vorstellen. Ich erzähle dir die ganze Geschichte der ganzen Welt, von Proud zu Start. Wenn sie empfiehlt, dann ich die Bic-Koinen bezahlen. und du hast einen Ort in der herrenkende Stadt. Wenn sie nicht, dann... ich füge ein Seagull für ein Essen. Und du... ...wäh... 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 ...klasse A-Storyteller... ...wäh... 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 Sorry, you had to hear that. So, sure. Maybe I'm not the most verbose storyteller out there, but I know how to spin a yarn if I'm given something to work with. And that's where you come in. Your life. You're gonna show it to me. I want to see exactly what made you so absolutely great. So, just think back. I wish I'm a splinter. Oh. The next time that you blink, I'm gonna send you back. And don't be afraid. And don't try to fight it. I'm a splinter. It's true. Just try to enjoy it this time. Why are you smiling like that? You must really like it out here, huh? Well, I get that. I like it too. Okay. Los, nicht blinzeln, nur nach unten gucken. Upsi. Okay, jetzt darf ich einmal blinzeln. Let's go get you some seashells. What do you say? Okay. You see that big, spiky plant over there? That's called nagave. Eleven years from now, that plant will die so it can give birth to this tall, amazing tree, covered in flowers. We'll have to keep our eyes on that one. The day really slipped away, didn't it? Oh well. Days have a tendency to do that, I guess. Where's the first page of my piece? I'm just flying away. I can't find... I have blinzelt. Entschuldigung. Go ahead, kid. This is schwierig. Look at that. There's your little hand. We have to make him do this every birthday. That's a great idea. It won't really be something. To see how it grows? Man, the zoom on this thing is fantastic. What was that beep? I know, it's odd. So I feel this battery... Man will gar nicht blinzelt. Man will diese Momente einfach erleben. What does that mean? Oh, you want to play along with Mommy, don't you? Oh, you want to play along with Mommy, don't you? Oh, this is so schwer, nicht zu blinzeln. Oh, this is so schwer, nicht zu blinzeln. What do you like about it? What do I like about it? I like the music. That's very specific. I also like the person playing it. Yeah. I'm worried that might have something to do with it. Look at his little face. What do you think he's thinking about? I don't know. Probably solving the problems of the universe. Boop. 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 Boop, boop. So... Do you think he's going to be smart? I don't see why not. I mean... Meow. Well, pretty smart. I'm sure they're geplinsed, should I go? No, it's not derivative. At least I didn't think it was. Do you think you could tell the other members of the selection committee what I just told you? Right. No, I'm sorry. I... I guess I just put a lot of expectations on you. Okay. I understand. Thank you for considering my peace, John. It really means a lot. Oh! That's sure a little mess of color. No, it's a U-Boot. Hey! We do not throw things in this house. If you're mad that you aren't good enough yet, you'll just have to keep working at it. You know, one day you'll be able to paint exactly what you have in your head. You'll be a real artist. Unlike your poor mom. See? That used to be my piano. My dad gave it to me. He loved music. Fled his home country just to have a chance to pursue it. God. He made me practice so much. I hated it at first. I think he hoped to make it further than conducting the high school choir. Never said anything, though. He was what you might call the strong silent type. Soly bom. Are you ready to see something really special? Oh! I just don't want him to get attached. Richard! What's the cutest thing I've ever seen? Wow! Oh, whoa, whoa, whoa! Maaawoo, see? We can't keep him, can we? I mean, I pretty much definitely allergic, so no, right? No. OK. No. Oh, Maudie. Ich will nicht Blinzern, não? Jetzt habe ich Blinzern. Entschuldigung. Now play the C major chord I taught you. Remember? There you go! Doesn't that make you feel happy? Like you just want to jump up and down? Now what about C minor? You remember how to play that one? Very good! Just one note different. That one sounds sad, doesn't it? Amazing what a difference one little change can make on how a person feels. Ich glaube, sie hat eine Katzenhaarallergie. Ich glaube, wir werden diese Katze auch nicht lange haben. Ich glaube, sie hat eine Katze auch nicht gesehen. Ich glaube, sie hat eine Katze auch nicht gesehen. Ich habe immer jemanden wie sie. Ich habe nur Gott, dass ich irgendwie aufzunehmen kann. Ich glaube, sie hat mich ein Professor gefallen. Ich glaube, sie hat mich ein Professor gefallen. Sie hat mir ein bestimmtes Gravitas in ihren Augen. Sie hat mir sehr schnell verloren. Sie hat mich so weitgeholt. Sie hat mich so weitgeholt. Es ist großartig. Sie hat mich so weitgeholt. Jetzt darf ich wieder nicht pinzeln. Hier schon? Ich glaube, ich hätte mal Lust auf Ägypten. Okay, jetzt passiert nichts weiter. Jetzt dürfen wir wieder blinzeln. Wo ist die Mama? Mama. Wait, is that? That's my piece. How did you figure out how to play that? Richard? Are you hearing this? What? He's playing my piece. He must have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. We need to get him into serious piano lessons. Sure. You know anyone who might be a good teacher for him? What? I mean, in the city, sure. Not out here, I don't. I mean, I know someone who might be up to the task. She's very gifted. Richard, no one in this town knows anything. Maybe I'll just have to do it myself. Good idea. I think that's it. But who's this mysterious woman you're talking about? I hope you're not in love with her. You know, I really was for a while, but then she revealed herself to be much stupider than I thought. Richard, what are you talking about? Don't worry about it. Don't worry about it. That was the first episode of Before Your Eyes. I hope, of course, she liked it. She liked it. Let me know in the comments below. I hope you're doing it. I hope you're doing it. If you haven't done it yet, we'll see you next time. Bye, my dear. Bye. 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 Bye.